...kommen, wo sie sich selber sehen. Rot-Weiß möchte hier zu Hause den Schwung mitnehmen. Aus dem Erfolg nach den unruhigen Tagen. Kein Abseits. Gut hinter die Kette gespielt. Ballrutscht durch! Der Ballrutscht durch! Jessen führt! Easy Young! Von Müsel dieser tolle Ball hinter die Kette. Kein Abseits. In dem Fall von Wufak. Der bekommt die zweite Chance sofort. Die Flanke abgefälscht vom FCS. Und Easy Young macht Kopfballtreffer. Da bin ich mal gespannt, wie oft ihm das gelungen ist in seiner Karriere. Die Flanke von Obus. Einiges hier an Tempo mitbringt. Ein entfesselter Gastgeber. Wonic! Wonic! Was ist mit Essen los? Die sprühen ja vor NRG. 2-0! Willkommen. 4-2! Wieder ist Obus dabei. Seine Flanke. Auf Wonic. Seine zweite Vorlage und niemand. gut von sever jetzt ein bisschen die attribute einbringt die es braucht für saarbrücken gold zenten ist die chance amine naifi saarbrücken ist zurück und naiv wie den sie schon öfter mal da freigelassen haben den franzosen gegen lübeck getroffen zu hause zum 1 1 setzen und platz für mühsel mühsel torben mühsel der ist doch heiß der ball wuffa kommt seine zweite gäbe und das hier war vor wenigen augenblicken die möglichkeit für und von torben mühsel und jetzt ist schluss was für ein jubelschrei an der hafenstraße rotweiß essen alle spiele live nur bei magenta sport wird